Also gut, Endeffekte zum Milliardsmalen im Ambleiben. Was haben wir geschafft? 445. Na, Applaus. Applaus. Was ist der Regor? 258? Aber nicht vor mir. Es wird unser Instrument eine Zerstörung sein. Hat der Nancy das wirklich verdient? Kommen wir etwa zweifelfähig. Der Nancy ist nicht gerade eine Kasse zu tun. In ihren Drainland-Fabriken sterben jeden Tag Angehörige der Unterkasse, während die Tastoffe und Mittel für die Mittelkasse der Stadt produziert werden. Tool für Sie, wenn du es schon nicht für mich tust. Kommen wir hier auf den Dornenboden. Das könnte ein bisschen saftiger sein, weil es nicht für die Mittelkasse ist. Aber auch neue Füße kann ich auch nicht machen. Das ist ein Stück weit, das ist lecker geworden. Hören wir mal an, dieses Schwingungs-Schenk da wird gewaltigen Taten verursachen, oder? Ja, das ist so rechtlich. Was sind denn Arbeiter hier? Was soll mit ihnen sein? Warum hat er wirklich geflüchtet? Ich lasse ihn hier raus, Doby. Dazu muss ich nur den Feueralarm auflösen. Ganz weh gemeint. Ich bin mir sicher, wenn du sie nur nett genug da ummettest, wird das Gebäude vollste Anfalle. Ah, wir müssen das Verbesserungs-Geschnacken machen. Ohne die Schmacht jetzt war es. Also ich glaube, wie zahm sich das an der Heiß. Ich kann auch nicht dünnen. Ich bin auch noch dafür, dass wir noch großartig sind. Ach, das ist so sehr. Ich bin aber nicht. Ich weiß auch noch nicht. Ich bin eben auch nicht. Ohne die Schmachtle fest. Ohne die Sorge, das ist dann ja auch nicht. Ach, ich bin so sehr großartig. Ich bin nicht so großartig. Ich bin ein Flachkuss. Und? Ohne die Schmachtle an der Heißkuss. Der Führer ist nach dem Reflexion beteiligt, ebenso wie Zirrwein und Aletien. Und wo eine Entriebe ist, ist natürlich auf die mehreren Zwilliger nicht weit. Ich habe meine Führer nach einigen Geschäftsfahrten ausgestreckt und sollte bis wenige Tage eine Rückmeldung erhalten. Dann können wir diese unzählige Episode endlich hinter uns machen. Verhift, du musst das nicht tun. Die Pläne sind als Bezahlung mehr als ausreichend. Genau genommen sind diese Pläne vollkommen wert und zu zweitens nicht verkauft haben. Ist schon in Ordnung, Noah. Ich habe hier meinen Spaß und die Arbeiter sind nicht in einen Spaß. Ich spüre, ich bin tot. Sollte hier irgendetwas zustoßen? Können Sie für nichts mehr garantieren. Ich weiß, wir hatten die Diskussion bereits. Gut, wann war das? Also Noah ist in der Nächste. Ich erzähle. Es war von zwei Jahren. Er ist nach deiner Festnahme bei mir aufgelaufen. Und ich muss sagen, es war ein ziemlich beeindruckend auf. Ich weiß nicht, aber mir nicht mehr Zeit. Ach, die Nebenhörer da bereit. Na hallo! Weniger als 4,45, bitte. Mindestens. Ich bin raus.